In dem heutigen Video zeige ich dir den brandneuen GTA 5 Online Money Glitch, in dem du bis zu 50 Millionen GTA Dollar machen kannst. Und das Ganze kannst du auch ohne alles machen und das ist Ganze solo. Das Ganze geht auf jeder Plattform, so wie jetzt die Playstation 4, Playstation 5 oder Xbox oder so wie PC. Das heißt, mach den Glitch auf jeden Fall mal nach und schreib mir dann in die Kommentare, ob er bei dir funktioniert hat und das würde mich extrem freuen. Bevor wir jetzt aber mit diesem heutigen Money Glitch anfangen, erinnere ich dich noch auf die Verlosung zur Zeit. Und zwar verlose ich ja 50 Millionen GTA Dollar an einen Abonnenten von mir. Das heißt, wenn du bei dieser Verlosung mitmachen möchtest, ist das ganz einfach, um da teilzunehmen. Und zwar der erste Schritt, den du einfach machen musstest, einmal hier diesen Kanal abonnieren und noch einen zweiten Schritt. Und zwar musst du dieses Video an eine Person teilen, irgendeine Person. Und wenn du diese zwei Dinge schon getan hast, bist du auch schon bei dieser Verlosung registriert. Die ganze Verlosung werde ich auflösen auf meinem TikTok Account, der ist unten in der Videobeschreibung, so wie in den Kommentaren auch verlinkt. Geh einfach gerne auf TikTok, auf meinen TikTok Account und lass mir noch einen Follower da, um da keine weiteren Clips oder sonstiges wie Verlosung, Auflösung irgendwie zu verpassen. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach auch mal an mit diesem Money Glitch. Und zwar das erste, was du jetzt erstmal tun musst, ist erstmal in eine geschlossene Sitzung reingehen. Das geht in keine anderen Sitzung, mach das in einer geschlossenen Sitzung. Wenn du das schon getan hast, hast du auch bis jetzt schon alles richtig gemacht. Der zweite Schritt, den du machen musst, ist erstmal, du darfst kein Bargeld dabei haben. Kein Bargeld bei dich tragen oder sonstiges, also nicht mal 50 Dollar oder 2 Dollar oder sonstiges, einfach dein ganzes Bargeld auf dein Konto drauf machen. Wenn du dies erledigt hast, musst du den nächsten Schritt machen und zwar musst du zu diesem ATM Automat gehen, an den ich eben auch gehe. Das ist wirklich sehr wichtig, dass es nur dieser ATM Automat ist, jeder andere ATM Automat wird nicht funktionieren. Geh zu diesem ATM Automat. Ich habe dir das Ganze hier jetzt einfach auch nochmal ganz kurz gezeigt, wo der ganze ATM Automat sich befindet. Geh da auf jeden Fall hin. Wie gesagt, es schreiben immer wieder Leute rein, geht das auch bei anderen Automaten oder sonstiges, aber im Video erkläre ich halt einfach ganz eindeutig, dass es nur bei diesem ATM Automat geht. Also geh zu diesem ATM Automat, bei den restlichen wird es nicht funktionieren oder so viel weiß ich halt einfach, dass es bei den restlichen nicht funktioniert hat. Wenn du zu diesem Automat dann eben jetzt hier hingehst, wie in meinem Fall, tust du jetzt hier erstmal die rechte Pfeiltaste drücken und dann hebst du erstmal 1000 Dollar ab. 1000 Dollar musst du eben abheben, genau 1000 Dollar, das darf nicht mehr und nicht weniger sein. Und wenn du das getan hast, ist es jetzt wichtig, was du machst, das ist ein bisschen taktisch gedacht. Also taktisch musst du das Ganze jetzt ein bisschen angehen und zwar musst du jetzt zweimal die Kreistaste ganz schnell drücken und danach die Optionstaste drücken. So und wenn du das getan hast, musst du noch auf Job spielen, von Rockstar erstellt und eine Mission gehen. Und zwar genau in diese Mission gehen und zwar musst du dann in diese Mission hier jetzt auch reinscheuen. Das ist wichtig. Wichtig ist, dass das Ganze auch relativ schnell geht und du musst das auch hosten. Das heißt, in keine Runde reinscheuen oder sonstiges, das Ganze musst du hosten und dann bist du auch schon safe auf jeden Fall. Wie gesagt, geh genau in diese Mission rein, wo ich jetzt eben auch gezeigt habe. In die anderen Missionen wird es höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Da bin ich mir zu 1000% sicher und wenn du das getan hast, dann bestätigst du das Ganze, drückst auf Spielen und wichtig ist jetzt, dass du die linke Pfeiltaste ganz schnell drückst und zwar dreimal. Dreimal ganz schnell musst du das drücken. Wichtig ist jetzt, wenn du in diesen Job reingehst, solltest du jetzt ein Ladescreen bekommen, ganz kurz. Das sollte auch relativ schnell gehen, das muss kein langer Ladescreen sein. Wichtig ist aber, dass du das wirklich jetzt wirklich so machst, wie ich das jetzt hier eben auch mache. Und zwar musst du, sobald der Ladescreen da ist, musst du GTA schließen und neu starten. Das muss wirklich relativ ganz schnell gehen, sonst wird das höchstwahrscheinlich nicht funktionieren. Du musst das wirklich so machen, wie ich das eben auch mache, weil ich sehe immer wieder Leute, die reinschreiben, ah, das ist ein Fake-Video oder bei mir hat es nicht funktioniert, habe es 10 Mal ausprobiert. Aber ich bin mir zu 1000% sicher, dass diese Leute halt das 10 Mal falsch machen, weil irgendwie sie einfach denken, das ist doch etwas schwierig und das wird schon irgendwie auch so hinhauen und dann funktioniert es trotz allem nicht. Und ja, dann kommentieren sie halt unter meinem Video und schreiben, naja, das ist ein Fake-Video oder sonstiges. Leute, bitte macht es einfach so, wie ich es mache, wirklich macht es so und ihr werdet dann auch sehen, der Moneyglitch wird funktionieren. Ihr seht ja auch unter meinem Video, dass viele Leute reinschreiben, dass der Moneyglitch auch funktioniert hat. Also, warum sollten so viele Leute reinschreiben, dass dieser Moneyglitch funktioniert hat, obwohl er nicht funktioniert hat? Also, ich würde es verstehen, wenn der, natürlich verstehe ich natürlich auch, dass man halt, ja, das Video einfach anschaut, den Moneyglitch nachmacht und dann im Endeffekt funktioniert das Ganze nicht und dann probiert man das 5 Mal aus, dann funktioniert es immer noch nicht und dann regt man sich halt natürlich auch auf, das verstehe ich absolut. Aber man muss trotz allem auch verstehen können, dass halt einfach viele Leute, bei denen funktioniert es halt eben auch und wenn es bei denen nicht funktionieren sollte, angenommen, das wäre mal ein Fake-Money-Glitch oder sonstiges, warum sollte irgendjemand das unter einem Video kommentieren? Also, ich würde niemals unter irgendeinem Fake-Money-Glitch, würde ein Glitch nachmachen und der würde nicht funktionieren und dann würde ich trotz allem, würde ich unter dem Video drunter schreiben oder kommentieren, Ja, der Glitch hat funktioniert, Dankeschön, dass du mir den Glitch jetzt gerade gezeigt hast. Also, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also, Leute, bitte einfach, sobald ihr irgendwas kommentiert oder sonstiges, probiert es einfach nochmal aus und wenn ihr es nicht hinbekommt, dann schreibt irgendwie unter die Kommentare, ob jemand euch helfen kann oder sowas. Da gibt es viele Zuschauer von mir, die bestimmt hilfsbereit sind und bestimmt euch auch helfen dann einfach bei diesem Moneyglitch. Das ist überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, Leute, wenn euch dieser Glitch weitergeholfen hat, dann einfach gerne einfach diesen Kanal abonnieren. Das würde mich übertrieben freuen und ansonsten würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Floprino.